So Freunde, ich war wirklich traurig, weil ich dachte, ich habe keine Talente. Aber lasst euch das nicht einreden. Ich zum Beispiel bin ein super Lehrer für Kopfsprünge. Also nach vorne lehnen und... Nee, mehr nach vorne lehnen, so wie ich. Hat keiner gesehen. Mein nächstes Talent ist, gute Ideen zu haben, so wie diese hier. Der Schirm war einfach nichts. Rückwärtssalto, noch ein Rückwärtssalto. Denn wer richtig krass sein will, BAM! Der muss trainieren und... Ja, und jetzt Stabhochsprung. Da habe ich nämlich für ein besonderes Projekt geübt. Jetzt über diesen Fluss schwingen. Das lief nicht wie geplant, aber immerhin hatte ich schon perfekt analysiert. Ich bin voll ins Wasser gefallen. Ja, vielen Dank dafür. Wer kämpft, kann zwar verlieren, aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und da habe ich es geschafft. Jetzt Olympia-Quali, auch egal. Jetzt über den Fluss und... War es knapp wenigstens oder war ich voll vorbei? Hier für dich nochmal die Zeitlupe. Es war absolut knapp und um ein Haar wärst du komplett drüber gesurft. Ich musste dann einfach weinen, weil ich so überwältigt von all meinen Talenten war.